Wir bei Property Expert legen großen Wert auf optimale Partnerprozesse im Sinne unserer Versicherungskunden und im Sinne unserer Kooperationspartner. In diesem Zusammenhang unterstützen wir die digitale Zusammenarbeit von Versicherer und Handwerkspartner mithilfe neuster Technologie. Ein unstrukturierter und unstandardisierter Dateneingang beim Versicherer führt zwangsläufig zu langwierigen Folgeprozessen. Rechnungsprüfung, Angebotsprüfung früher hat mindestens mal die Kommunikation von 10 bis 15 E-Mails hin und her bedeutet. Deswegen wird ein moderner und effizienter Prozess gesucht, der Transparenz über wichtige Performance-Kennzahlen liefert und damit die Grundlage bildet für wichtige Folgeentscheidungen, zum Beispiel im Bereich der gezielten Partnersteuerung. Genau aus diesem Grund haben wir das Webportal PX-Connect entwickelt, in enger Abstimmung mit den Anforderungen des Versicherungsmarkts. Das Portal sorgt für eine reibungslose Kommunikation von Versicherern mit Handwerkspartnern und ermöglicht die strukturierte Übermittlung von Angeboten, Rechnungen sowie den dazugehörigen Schadendaten. Durch die strukturierten Daten sind wir in der Lage, unsere Schadenausgaben genauer zu klassifizieren, nämlich für welche Gewerke geben wir das Geld aus. Mehrwerte für unsere Partner aus der Portal-Nutzung sind schnellerer Erhalt der Zahlungen, weil wir Dunkelauszahlungen aus den Belegen generieren, eigene Auswertungsmöglichkeiten zur Tätigkeit der eigenen Mitarbeiter. Direkt mit dem Portal verknüpft ist unser Partner-Check. Also sobald der Partner seine Angebote und Rechnungen gegebenenfalls zusammen mit den erfassten Schadeninformationen im Portal hochlädt, landet das bei uns hier in der Datenerfassung. Die Datenerfassung ist natürlich aufgrund der strukturiert übergebenen Daten super effizient. Essentiell ist die optimale Kombination von künstlicher Intelligenz und den Experten bei uns in der Prüfung. Im Partner-Check arbeiten wir strukturiert nach festgelegten Prozessen, die es uns ermöglichen, Unterlagen innerhalb von 24 Stunden zu prüfen und dem Handwerker wieder zur Verfügung zu stellen. Wir nutzen regelmäßig die Erkenntnisse aus der Prüfung, um laufend die Leistungsverzeichnisse in Absprachen mit unseren Kunden und den Partnern anzupassen und zu verbessern. Die großen Vorteile für unsere Kunden sind Transparenz über Schadenkosten, rasend schnelle Prozesse und Kundenzufriedenheit durch den Einsatz von Partnern. Also die menschliche Zusammenarbeit ist finde ich herausragend und das merkt man auch in der Philosophie des Hauses. Also da ist die Zusammenarbeit und die Prüfebene, das funktioniert auf Augenhöhe. Die Zusammenarbeit mit Property Expert ist vorzüglich und wir freuen uns auf neue spannende Projekte. Sie sind herzlich eingeladen, um sich selbst ein Bild von unseren Services und unserem Team vor Ort zu machen. Wir freuen uns auf Sie! Harald 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 Harald